Ich finde, es hat sich bereits sehr, sehr viel getan. Also wenn ich überlege, ich habe, wie gesagt, sehr früh angefangen. Und damals war es halt noch so, oh, ein Mädchen spielt Fußball, da wurde man belächelt. Da war alles, was man im Prinzip nur wollte, dass man nicht mal unbedingt respektiert wird, aber dass es halt in Ordnung ist, dass da nicht mal so differenziert wird. Also ich persönlich kenne keine Spielerin, die sagt, die spielt Fußball, um Geld zu verdienen. Also bei uns ist es halt wirklich Leidenschaft pur. Es wird niemals so sein, dass Frauen genauso verdienen werden wie Männer. Niemals. Genauso wie Christina sagt, die spielen nicht fürs Geld. Da ist wirklich die Leidenschaft dahinter. Klar, bei den Herren sicherlich auch, aber der Fokus liegt bei den Frauen dann wirklich. Der Spaß am Fußball und das merkt man auch, wenn man ein Spiel bei den Frauen mal anschaut. Also ganz diszipliniert, in den Reihen Fußball spielen, ganz diszipliniert, taktischen Vorgaben umsetzen. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, die Netto-Spielzeit ist definitiv höher bei den Frauen. Und das macht es ganz interessant. Alemannia Aachen. You never talk alone. Der Alemannia Podcast. Der Aachener Zeitung. Aus dem Medienhaus Aachen. Hallo zu einer neuen Folge von You never talk alone, dem Alemannia Podcast der Aachener Zeitung aus dem Medienhaus Aachen. Ich bin Peter Engels und heute zu Gast bei uns die Frauenabteilung der Alemannia. Genauer gesagt Mittelfeldspielerin Christina Führer und der sportliche Leiter Sascha Schmitz. Hallo ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Hi. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Mir geht's eigentlich ganz gut. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr schön, wieder hier zu sein. Danke. Das finde ich auch klasse. Das ist, glaube ich, noch kein halbes Jahr her, dass wir uns hier das letzte Mal gesehen haben. Ihr habt auch, damit ich mir euer Motto merken kann, gemeinsam einfach stärker einen Hoodie mitgebracht von euch. Ich liebe Hoodies. Auch so Oversize-Pullis. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Das schon mal vorweg. Okay. Und ja, im März wart ihr das letzte Mal hier bei uns im Podcast. Und da haben wir euch die Daumen gedrückt fürs Saisonziel, den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga. Das hat geklappt, muss man sagen. Glückwunsch. Was wünscht ihr euch heute? Ja, erst mal Dankeschön fürs Daumen drücken. Das hat sehr, sehr gut geklappt. Ich habe jetzt ungefähr 200 graue Haare mehr. Das Saisonfinale war wirklich sehr, sehr spannend. Und jetzt hoffen wir, dass wir einen guten Start in die Regionalliga hinkriegen. Christina, was wünschst du dir? Das Gleiche, nehme ich an. Auf jeden Fall, natürlich. Also ich möchte, ich wünsche mir für die Mannschaft, für die Saison auf jeden Fall, dass wir vernünftig wieder oben mitspielen können vielleicht sogar. Das wäre ganz cool. Ja. Ihr seid auch nicht einfach so aufgestiegen. Ihr seid in der ganzen vergangenen Saison ungeschlagen geblieben, habt kein einziges Spiel in der Mittelrhein-Liga verloren. Ich glaube, das ist auch ein neuer Rekord bei euch. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, ja, definitiv und aller Ehren wert. Es gab zwischendurch mal Ergebnisse, wo man gedacht hat, okay, es wird knapp, aber die Mannschaft hat sich da sehr, sehr gut drauf eingestellt und sehr gut vorbereitet. Glückwunsch auch nochmal hier von mir an das Team. Sensationelle Arbeit, ja. Ja, sensationell. Wir können jetzt auch mal den Trainer loben, den Gökhan Demiaci. Der hat das Team nach nur einem Jahr Abstieg sofort wieder zurück in die Regionalliga geführt. Er hat die erste Frauenmannschaft auch erst vor einem Jahr übernommen. Das muss man ja auch erst mal hinkriegen, ne? Ja, die Zusammenarbeit zwischen Kati, Gökhan, dem Spielerrat, ich glaube, das harmoniert so gut und man vertraut sich da gegenseitig. Christina, ich glaube, da kannst du ein bisschen mehr zur Internation. Auf jeden Fall. Ich würde aber noch weitergehen. Ich finde, Sascha, auch was du leistest, ist einfach hervorragend. Nein, das hat auch nichts mit Schleim zu tun. Das ist einfach wirklich auch als relativ früh schon. Ich meine, im Januar gesagt wurde, dass das Trainerteam weitermachen wird, unabhängig davon, ob wir aufsteigen oder nicht. Und das haben wir halt Gott sei Dank geschafft. Ja, das war einfach super cool zu hören, weil wenn du solche Trainer hast, du hast halt automatisch viel mehr Bock zum Training zu gehen. Du weißt, das, was du leistest, das wird gewertschätzt auch. Das macht einfach unfassbar viel Spaß, weil es ist eine Mischung aus, natürlich wird man gefordert und es macht aber wirklich viel Spaß. Und das ist echt super wichtig. Man muss sagen, euer größter Konkurrent um den Aufstieg, Alna Bödingen, die mussten im Mai vorzeitig aufgeben, richtig? Keine Lizenz für die Regionalliga bekommen, die hatten nämlich keine U17 für den Unterbau. Somit seid ihr quasi ohne Spiel aufgestiegen. War das euer Glück? Man muss ja sagen, ihr habt doch in den restlichen Spielen gezeigt, dass ihr unbedingt aufsteigen wollt. Habt euch nichts schenken lassen, das war zumindest mein Eindruck. Ja, Alna Bödingen hat es uns bis zur letzten Sekunde sehr, 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 sehr schwer gemacht. Und die haben auch gar nicht locker gelassen, was Bezug auf Meisterschaft anging. Und die haben auch am letzten Spieltag, haben die uns nochmal bis zur, also ich glaube, 89. Minute, 90. sogar, komplett gefordert. Und das ist genau das, wofür wir eigentlich Fußball spielen und Fußball lieben. Ja, genau. Also wir wollten den Aufstieg auf keinen Fall einfach nur so annehmen. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen auf jeden Fall gewinnen. Oder halt zumindest den Punkt holen, dass wir uns den ersten Platz am Ende auch verdienen und somit den Aufstieg. Und das haben wir Gott sei Dank geschafft. Es war einfach eine brutale Teamleistung auch. Man hat es gemerkt, im letzten Spiel ging Alna selber, der Ball, der wollte einfach nicht reingehen. Und trotzdem haben wir daran geglaubt und das hat am Ende wunderbar nochmal funktioniert. Das macht es halt nur noch schöner, weil jetzt können wir wirklich sagen, wir haben uns den Aufstieg auch wirklich verdient. Und ich bin da einfach nur total stolz auf die ganze Mannschaft. Ja, cool, Christina. Du hast eben auch von Spaß gesprochen, von Teamgeist. Ist das euer Erfolgsrezept? Wie seid ihr als Mannschaft so schnell zusammengewachsen? Es waren ja noch viele Spielerinnen auch aus der Vorsaison dabei, in der letzten Saison jetzt. Definitiv. Also das hat eigentlich super gut funktioniert. Ich bin ja selber erst im Dezember dann fest hoch zur Ersten gekommen. Ich war vorher lange Zeit Teil der zweiten Mannschaft. Und auch, wie man mich selber da aufgenommen hat in meiner Mannschaft. Das war einfach, also ich spiele jetzt wirklich schon sehr, sehr, sehr lange Fußball. Und sowas habe ich echt noch nie erlebt vorher. Dieser Teamgeist, dieser Wille, diese Gier aufsteigen zu wollen und das gemeinsam als Team, das war halt wirklich unfassbar gut. Das war, ja, was soll ich sagen? Also ich komme da aus dem Schwärmen echt nicht mehr raus. Ich glaube, das war mit Abstand die beste Saison, die ich jemals spielen durfte. Wow, klingt gut. Ihr seid noch in der Saison Vorbereitung im Moment. Fahrt ihr auch noch mal weg oder wart ihr in einem Trainingslager irgendwie? Ja, also wegfahren ist jetzt nicht angedacht. Das ist halt auch relativ schwierig. Aber wir machen so schon sehr viel. Mittwochs kommt dann immer noch so ein Extra-Coach vorbei. Da dürfen wir natürlich auch ordentlich schwitzen. Aber ich muss sagen, genau den Part, den finde ich persönlich richtig cool. Okay, das ist dann heute Nachmittag? Theoretisch ja, aber ich kann später leider nicht. Also heute muss ich leider aussetzen. Aber der Rest der Mannschaft darf schwitzen, ja. Ja, wir sprechen gleich auch noch über die neuen Gesichter. Es gibt sieben Neuzugänge bei euch und bis jetzt keinen einzigen Abgang. Das finde ich auch übrigens ziemlich cool. Spricht ja auch für euch als Team für eine hohe Kontinuität oder wenig Fluktuation. Ist ja immer ein gutes Zeichen, oder? Ich finde, das sagt halt eigentlich alles. Also von uns hat direkt, ich glaube zu Beginn, schon im Januar, schon weit vor Ende der letzten Saison, so ziemlich jeder gesagt, dass er gerne bleiben würde. Weil es ist bei uns halt so eine Mischung aus Professionalität und dieses familiäre Umfeld. Ich meine, wenn man sich wohlfühlt, warum sollte man gehen? Also ich finde, das sagt eigentlich alles. Das stimmt. Also Sascha wird es wahrscheinlich auch so sehen. Kann ich komplett bestätigen. Es ist echt schön zu sehen. Auch so wie Christina gerade sagte, auch unsere zweite Frauen, die da komplett dahinterstehen und das Gesamtziel erkennen. Und dann sind wir auch schon wieder beim Slogan, gemeinsam ein Verstärker. Das ist einfach wunderbar. Und in der zweiten haben wir auch eine gute Verstärkung bekommen, sodass wir die ersten nochmal besser supporten können. Das erkennen auch andere. Und die Neuzugänge kann ich vielleicht jetzt schon vorweg greifen. Ich weiß nicht, welche Fragen da kommen. Die sind echt mega eingeschlagen bisher. Und das wird uns nochmal einen guten Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft geben. Freue ich mich drauf. Ja, sehr schön. Wenn wir nochmal über die Saison sprechen. Ihr habt da echt eigentlich alles geschafft, was ihr euch vorgenommen hattet, bis auf den Pokalsieg. Aber was nicht ist, da muss man auch sagen, hattet ihr Verletzungspech in der Phase. Das kam dann noch dazu. Erzählt mal. Ja, leider schon. Also ich glaube auch jetzt in Bezug auf die neue Saison, was ich eben vielleicht noch hätte sagen können. Ich glaube, einer meiner größten Wünsche ist, dass wir diesmal nicht so von Verletzungen geplagt sind. Weil da haben uns echt leider echt gute Spielerinnen quasi in der Hinsicht verlassen, wie auch immer. Ja, mit dem Pokalsieg stimmt natürlich alles sehr ärgerlich. Aber es kommt jetzt eine neue Saison, ein neues Ziel. Wie geht es den verletzten Spielerinnen? Sind die jetzt langsam wieder fit oder dauert das noch? Es geht. Also ich weiß ja zum Beispiel bei Laura Jendraiko, Speedy ist meine beste Freundin. Mal gucken. Ich hoffe, dass sie irgendwann nochmal gegen den Ball treten kann. Das wäre wunderbar. Das wäre auch für die Mannschaft echt gut. Ja, wie der Stand bei allen anderen Spielerinnen ist, weiß ich nicht. Aber ich freue mich über jede, die zurückkehren kann. Was gibt es sonst Neues bei euch? Abgesehen von den Neuzugängen. Oder was ist anders als in der letzten Saison? Ihr habt zum Beispiel einen neuen Torwarttrainer. Harald Schenk habe ich gelesen, einen neuen Physiotherapeuten. Robert Grittner heißt der sonst. Alles beim Alten? Oder Kader, der umfasst jetzt fast 30, nee genau 30 Spielerinnen. 27 Feldspielerinnen, drei Keeperinnen. Ist das eine gute Zahl? Kann man damit gut planen? Also in Sicht auf die Vorbereitung ist das natürlich die perfekte Zahl. Da wird sicherlich nochmal was verschoben. Auch in Richtung Zweite, um auch den Mädchen die nötige Spielzeit zu geben, um sich selber auch zu entwickeln. Du hast richtig angesprochen mit Harald Schenk, einem sensationell guten Torwarttrainer. Wirklich, der hat auch einen verdammt guten Ruf hier im Kreis und über den Kreis hinaus. Ich habe mich vorher mal bei anderen erkundigt, wieso die Arbeit bisher mit denen war. Und alle durch die Bank weg, positiv. Und da habe ich gedacht, okay, ob ich den bekomme. Alles mal dransetzen, hat wunderbar geklappt. Robert Grittner, ganz, ganz wichtiger Mitarbeiter jetzt bei uns. Oder beziehungsweise ist ja alles im Ehrenamt. Riesengroße Hilfe für uns, der gucken muss, dass unsere Spielerinnen schnell wieder fit werden. Ich habe gesehen, also in eurem Trainerteam ist nur eine Frau, die Kati. Ist das für euch Mädels trotzdem okay dann? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ich meine, ich persönlich kenne Katrin ja jetzt schon viele, viele Jahre. Und ich bin, was das angeht, auch echt stolz auf sie, wenn ich das als Spielerin so sagen darf. Weil sie macht das echt absolut hervorragend. Das passt so eigentlich ganz gut. Trainerteam in Kombi mit Physio, mit allem drum und dran. Das ist sehr, sehr gut aufgestellt. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt in der Hinsicht besser geht. Ja, eine Frage habe ich zu den Neuzugängen. Sascha, du hast auch eben gesagt, das sind sensationelle Spielerinnen. Wo bekommt ihr die her? Weil ich erinnere mich an unsere letzte Podcast-Folge mit euch. Da habt ihr auch gesagt, es ist echt nicht so einfach, immer den Nachwuchs dann oder die Neuverpflichtungen zu bekommen. Wollen denn alle in Aachen spielen? Woran liegt das? Habt alle Mann ja da doch nochmal eine besondere Anziehungskraft oder vielleicht euer tolles Team? Ich denke, vorweg gilt es den Erfolg und das tolle Team, was wir haben. Man merkt es, wenn wir uns irgendwo auf anderen Sportplätzen bewegen. Man spürt schon diesen Teamgeist. Aber ich glaube, ein ganz großes Kompliment muss man nochmal an den Julian aussprechen. Wir erkennen Spielerinnen auf Sportplätzen. Und dann gehe ich zum Julian, das ist unser Scout, und sage, Julian, guck, dass wir den Kontakt herkriegen. Den Rest regeln wir schon. Und der hat eine sensationelle Art an sich und hat uns die Möglichkeit gegeben, viele neue Spielerinnen mit daherzuholen. Ja, sehr gut. Christina, du hast es eben gesagt, du bist jetzt ein halbes Jahr in der ersten Mannschaft dabei. Du kennst aber alle auch ganz gut. Du bist da integriert in dem Verein, warst auch in der Jugend schon mal bei der Alemannia. Hast aber auch mal einen Derichsweiler, das ist in Düren, und in Straß gespielt. Dann ging es zurück zu den Frauenteams der Alemannia. Erzähl mal, wie war das genau? Genau, also ich habe von 2010 bis 2014 schon mal bei Alemannia gespielt. War auch damals schon eine unfassbar gute Zeit. Muss sagen, ich bin dann gewechselt, genau wie gerade angesprochen, einfach aus beruflichen Gründen, weil ich halt im Schichtdienst war und auch immer noch bin. Habe aber irgendwann gesagt, nee, das ist also jetzt nicht böse gemeint den anderen Vereinen gegenüber. Aber es war nicht meins. Ich wollte unbedingt zurück zu Alemannia kommen. Und habe dann damals das Gespräch gesucht, meinte, wie sieht es aus? Ich bin immer noch im Schichtdienst. Aber das hier ist mein Verein. Ich möchte unbedingt, wenn ich noch mal weiter Fußball spiele, auch nach schweren Verletzungen, die ich leider hatte, dann nur bei Alemannia. Und was soll ich sagen? Man sagte mir, ich darf es gerne probieren. Und dann bin ich zurückgekommen. Und das war definitiv die richtige Entscheidung, weil ich fühle mich nirgends so wohl wie hier. Es ist einfach so. Ja, sehr schön. Du wohnst im Kreis Thüren. Genau. Wie schaffst du das eben, den Fußball mit deinem Job zu kombinieren? Also ja, im Moment ein bisschen schwierig. Ich habe den ganzen Monat August leider nur Spät- und Nachtschicht. Das ist einer der Gründe, weshalb ich zum Beispiel später nicht trainieren kann. Aber ich sage mal so, ich habe lange, lange schon mit Gökhan und Katrin übergesprochen. Die wissen Bescheid über den Schichtdienst. Wenn ich da bin, dann helfe ich dem Team so gut ich kann. Und wenn ich nicht da bin, fit halten kann ich mich auch zu Hause in der Zeit, damit ich nicht wieder bei Null anfange. Aber ansonsten, ich habe schon Schichten getauscht. Ich habe schon meine Arbeit mitgenommen, so nach dem Motto. Ich mache im Prinzip alles für den Fußball, ja. Wo arbeitest du? Was machst du beruflich? Ich arbeite bei der Deutschen Bahn. Okay, cool. Ja. Kannst du überall immer mit der Bahn hinfahren, wenn du Lust hast? Oder hast du keine Lust? Nein, also theoretisch haben wir natürlich auch schon ein paar Optionen. Aber ich verreise mit der Bahn tatsächlich relativ wenig, weil die meiste Freizeit, die ich habe, nutze ich nur mal auf dem Fußballplatz. Ach so, und was machst du bei der Bahn genau? Ja, das nennst du, also ich bin mittlerweile Mitarbeiterin im Reisenden-Informationszentrum. Also ich bin Gott sei Dank, wann war das, vor zweieinhalb Jahren befördert worden, seitdem im Homeoffice. Das ist es, was es mir persönlich wieder einfacher macht, weil seitdem ist es auch einfacher, hin und wieder dann mal eine Schicht zu tauschen oder sonst was, damit ich halt zum Fußball kommen kann. Ist das dann in Köln oder Düren? Ne, also ganz theoretisch bin ich eingestellt, das ist sogar ein Bahnhof in Düsseldorf. Aber dadurch, dass ich halt im Homeoffice bin, ist halt für mich absolut perfekt, ja. Also deine meisten Autofahrten gehen dann wahrscheinlich nach Aachen? Ja, korrekt, immer. Also ich lief es halt einfach, ja. Ja, sehr schön. Du bist Mittelfeldspielerin, ist das auch deine Lieblingsposition? Ja, auf jeden Fall. Also im Prinzip, ich spiele ja jetzt wirklich sehr, sehr lange. Also ich habe 96 schon angefangen zu spielen und ich war schon alles. Ich war mal Stürmer, ich war Verteidiger. 96, da warst du erst zwei, oder? Zwei, korrekt. Habe ich gerade mal überlegt. Zwei Jahre, wow. Ja, und ja, was soll ich sagen, linkes Mittelfeld ist, also ich weiß nicht, ich liebe diese Position. Ja, perfekt, also du wolltest das immer schon. Ja. Was würdest du sagen, ist deine größte Stärke Schwäche? Was kannst du in das Team gut einbringen? Also ich glaube, meine größte Stärke ist meine Schnelligkeit. Also ich weiß auch nicht, wie ich das anstelle manchmal, aber ich glaube, meine größte Schwäche ist, ja, in Bezug auf Zweikampfverhalten manchmal, Defensivverhalten in der Hinsicht, glaube ich, könnte ich einiges definitiv besser machen, weil ich weiß nicht, ob es an meiner Schnelligkeit liegt, aber ich will, glaube ich, zu schnell direkt drauf und das kann man definitiv verbessern, aber vielleicht kriege ich das irgendwann auch noch hin. Also Geduld ist dann nicht immer deine größte Stärke? War noch nie so, auch im richtigen Leben nicht. Was machst du abseits vom Fußball noch gerne, so hobbymäßig, wenn es jetzt nicht bei der Bahn ist oder auf dem Fußballplatz? Ja, im Prinzip bin ich da vielseitig. Also ich liebe es zum Beispiel, mit meinen Freunden irgendwie Kart zu fahren, Lasertag zu spielen oder sowas. Dann, ich bin mal gespannt, einen meiner größten Träume, den wird es bald irgendwann mal erfüllen. Ich möchte Fallschirmsprung machen. Also im Prinzip, ich bin bei allem dabei. Alles, was nach Spaß klingt, da bin ich vorne weg, bin ich dabei. Was ist das Besondere für dich an Alemannia Aachen, am Tivoli, an Aachen, an dieser Stadt? Einfach alles. Das ist genau das, glaube ich, was ich eben schon angesprochen habe. Es ist so eine Mischung aus absoluter Professionalität. Man darf im Stadion spielen, das ist das, wovon ich als kleines Kind immer geträumt habe. Und dann darf man zum ersten Mal in dieses wunderschöne Stadion, in dieser absolut hervorragenden Stadt einlaufen. Das ist dieses Gefühl. Ich glaube, das erste Mal hier einzulaufen, das werde ich niemals vergessen. Das ist, Aachen, finde ich, ist was Besonderes, weil trotzdem ist es auch dieser familiäre Bereich. Ich meine, Sascha ist eigentlich so das perfekte Beispiel dafür. Also wenn man sieht, was wir für Leute auch bei uns in eigenen Reihen haben, man kommt wirklich zum Platz, egal wie gerade die Anspannung ist, egal was gerade von einem erwartet wird. Es macht halt trotzdem Spaß und ich glaube, vielleicht liefern wir auch deswegen, weil man sieht das Team, man sieht, ich verkacken Ball auf Deutsch gesagt, der nächste reißt sich den Arsch auf. Das ist einfach alles drum und dran. Wie gesagt, ich habe in einigen Vereinen gespielt vorher und zwar halt nirgendwo so wie hier, finde ich. Nirgendwo. Okay, klingt super. Also ihr feuert euch wahrscheinlich auch gegenseitig an, auch mal bei den anderen Mannschaften, bei der zweiten oder vielleicht auch bei den Nachwuchsteams. Fiebert ihr auch schon mal bei den Herren mit im Tivoli oder bei den Heimspielen dann zumindest? Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Also die zweite Dame hat jetzt den Freitagsabendspielen, haben sie normalerweise Training. Die Vio hat dann gesagt, komm, Teaming-Maßnahme, wir gucken, dass wir an Tickets kommen und dann werden wir auch die Herren mit unterstützen. Oder jetzt am Sonntag sitzen, spielt die erste gegen SCL und die zweite hat davor gespielt. Komm, wir bleiben doch hier und gucken doch die erste noch ein bisschen mit an. Ich meine, das ist ja schönes Wetter, da kann man ja nie am Hasselholz-Aubert Zeit verbringen. Wunderbar. Also genau das ist das, was Christina gerade meinte. By the way, können wir ja mal erwähnen, dass ihr in der Vorbereitung auch alle Testspiele bis jetzt souverän gewonnen habt. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Die Serie ist verdammt gut, ja. Und ich habe auch gerade schon zu Christina gesagt, das ist schon ein bisschen erschreckend. Also ich will ja nichts herbeischwören, aber ich glaube mal so eine Niederlage würde mal hier und da mal wachrütteln. Aber Bock haben wir da natürlich nicht drauf und werden alles geben, dass wir auch weiterhin so erfolgreich bleiben. Und das sieht gut aus. Oder wie Gökhan sagt, erfolgreicher erreichen. Genau, erfolgreicher erreichen, da hat Gökhan recht. Und was Gökhan noch meint, wo noch Luft nach oben ist, da reden wir auch gleich noch kurz drüber. Sascha, man muss ja sagen, bei eurem Ziel näher an den Hauptverein, an die Alemannia ranzurücken, da seid ihr echt in den letzten Jahren doch sehr gut vorangekommen. Wie ist die Zusammenarbeit im Verein jetzt aus deiner Sicht momentan? Aktuell kann ich es nur so bestätigen, wie ich es auch im März schon gesagt habe. Es ist einfach wunderbar. Versprichst du Megan an. Ich weiß, dass die in der Geschäftsstelle wirklich auf Kante genäht sind und versuchen gerade auch an Spieltagen, da gut zurecht zu kommen. Aber man nimmt sich die Zeit, man antwortet, man unterstützt, wo man kann. Also das jetzt nicht nur in der Geschäftsstelle, das ist auch die ASB, die da mitmacht, die Sekretärin. Also das ist einfach wunderbar und es ist schön, dieses Gefühl auch mitnehmen zu dürfen. Ja, klar, bei denen läuft auch viel Neues gerade. 17 neue Spieler zu integrieren, bei euch sind es sieben Spielerinnen, ist ja auch nicht schlecht. Ja, sieben nur in der ersten, in der zweiten sind auch welche dazugekommen. Das kommt noch dazu. Das wird schon sehr, sehr spannend. Bekommt ihr genug Unterstützung? Was könnte oder sollte vielleicht noch besser laufen? Weil es ist ja nie genug, oder? Ja, wenn es danach jetzt geht, wenn man sich mal was wünschen darf. Ja, wenn es jetzt ein Wunschkonzert ist. Also was ich total klasse fände, ist, dass gerade so im materiellen Bereich, dass wir da vielleicht ein bisschen besser unterstützt werden, dass vielleicht der Hauptverein und die Damenabteilung vielleicht den gleichen Ausrüster haben, dass wir vielleicht die gleichen Privilegen haben. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, das Schöne ist auch, man lässt uns auch eine gewisse freie Hand und fördert uns, soweit wir können. Und natürlich sind auch die Mittel auch bei den Herren irgendwo begrenzt. Das stimmt. Ihr macht viel Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, ist aber auch wichtig, oder? Was wünscht ihr euch noch? Braucht ihr in Aachen vielleicht auch so eine Influencerin wie diese Fußballerin aus der Schweiz? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber kann dem Frauenfußball wahrscheinlich insgesamt sehr helfen, oder? Ja, die Spielerin aus der Schweiz, die ja in England Fußball spielt, ist natürlich eine absolute Influencerin. Fußballerisch auch sehr, sehr stark. Also das darf man auch nicht sehen. Eine Influencerin, ich weiß nicht, Christina Brauchner, eine Influencerin? Ich meine, wir haben schon sehr viele, die präsent sind. Und du bist ja auch durch EA Sports, glaube ich, auch nochmal ein ganzes Stück weit vorne. Ja, also ich glaube, so extra Influencer bräuchten wir nicht. Ich glaube, genau das ist nämlich das, was uns ja wieder so familiär macht irgendwie. Ich glaube, wenn wir ein Fremdes der Werbung für uns machen, die Leute sollen selber vorbeikommen, sich ein Bild von uns machen, die Spielerin. Gerne auch die Zuschauer dann im Stadion, kleine Anekdote. Aber ich sehe dich schon, ich sehe dich schon, wenn du da so, hallo ihr Lieben, heute nicht am Hassler rollst. Aber ja, Sascha hat es ja schon angesprochen. Also ich bin auch seit Dezember im E-Sport bei uns bei der Alemannia. Also ich versuche so schon Werbung zu machen. Ich glaube, das ist ein bisschen persönlicher, ein bisschen ehrlicher, als wenn irgendwer Fremdes sich da hinstellen würde. Ja, sehr gut. E-Sports haben wir auch schon mal vorgestellt hier im Podcast. Und ja, ich kriege das auch so mit bei euch, dass das echt gut läuft untereinander auch. Das ist sehr schön. Mal kurz auf die WM geguckt. Habt ihr die Spiele geguckt? Habt ihr mitgefiebert oder seid Deutschland raus? Ist nicht mehr? Teils, teils. Also ich lasse schon auf der Arbeit so ein bisschen den Fernseher mitlaufen und gucke immer mit einem Auge drauf. Muss aber auch ehrlich gestehen, seit die deutsche Nationalmannschaft dann raus ist, ist das Interesse natürlich ein bisschen geschwunden. Und ja, aber klar, das Interesse ist trotzdem noch da, um sich einfach auch abends am Platz nochmal mit auszutauschen mit der einen oder anderen. Wir haben auch eine Tippkick-Runde. Da ist Alessa gerade ganz vorne weg, was mich wieder sehr, sehr überrascht. Nicht, dass er sich ihre Fähigkeiten oder ihren fußballerischen Know-how infrage stellen will, aber da habe ich schon ganz andere vorne erwartet. Sehr, sehr schön. Und wie beurteilt ihr insgesamt die Entwicklung im Frauenfußball? Finanziell ist das ja immer noch ein Riesenunterschied zum Männerfußball. Du hast eben auch von deinem Job erzählt. Also bei den Herren ist das ja so, also das Ziel ist immer so ein bisschen auch davon zu leben. Also in der vierten Liga ist das auch nicht immer so rosig, aber es ist ja schon ein Riesenunterschied. Ist das bei euch ein großes Thema? Ja, was heißt großes Thema? Ich persönlich finde, es hat sich ja bereits sehr, sehr viel getan. Also wenn ich überlege, ich habe, wie gesagt, sehr früh angefangen und damals war es halt noch so, oh, ein Mädchen spielt Fußball, da wurde man belächelt. Da war alles, was man im Prinzip nur wollte, dass man ja nicht mal unbedingt respektiert wird, aber dass es ja, dass es halt in Ordnung ist, dass da nicht mal so differenziert wird. Ja, natürlich muss man auch irgendwo sagen, bei einem gewissen Aufwand, den die ganzen Frauen überall betreiben, das ist dann schon traurig, wenn man hört, dass ein Kumpel von mir, der spielt Kreisliga B, dass der irgendwie 500 bis 1000 Euro im Monat verdient. Das ist natürlich schon heftig, aber auf der anderen Seite, also ich persönlich kenne keine Spielerin, die sagt, die spielt Fußball, um Geld zu verdienen. Also bei uns ist es halt wirklich Leidenschaft pur, möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Ich bleibe dabei, es wird niemals so sein, dass Frauen genauso verdient werden wie Männer, niemals. Ja, sehr schade. Ihr bekommt gar nichts für die Spiele, aber vielleicht Prämien für bestimmte Ziele oder wie sieht das bei euch aus? Da sind leider auch unsere Mittel sehr, sehr begrenzt. Wenn wir mal so eine Influencerin haben wie Alicia Lehmann. Ah, gut, dass du auf den Namen noch gekommen bist, mir ist ja leider entfallen. Ja, ich wollte es eigentlich nicht nennen, aber wenn natürlich solche Gesichter dann da sind, ist natürlich eine ganz andere Marketing-Ebene. Wir nicht, nein. Und ich denke auch, der Frauenfußball hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Wir hatten neulich schon darüber gesprochen, dass auch die Telekom da ein großes Portal für den Frauenfußball aufmacht, dass mehr Werbung gemacht wird. Aber da bin ich komplett bei Christina, es wird nicht den Stellenwert kriegen wie bei den Herren. Ja, ich erinnere mich im letzten Podcast, als ihr bei uns wart, da hast du erzählt, Sascha, dass früher bei großen Turnieren dann als Siegprämie irgendwie ein Kaffeeservice gab für die Fußballerinnen. Das ist ja schon echt krass. Also wenn man sich das heute vorstellt, wo bewegen sich die Preisgelder da heute so, wisst ihr das? Ne, da fehlt mir glaube ich gerade so eine Information, aber es ist auch nicht so, dass man große Sprünge vom Machen könnte. Aber genauso wie Christina sagt, die spielen nicht fürs Geld. Da ist wirklich die Leidenschaft dahinter. Klar, bei den Herren sicherlich auch, aber der Fokus liegt bei den Frauen dann wirklich im Spaß am Fußball. Und das merkt man auch, wenn man ein Spiel bei den Frauen mal anschaut. Also ganz diszipliniert, in den Reihen Fußballspielen ganz diszipliniert. Die taktischen Vorgaben umsetzen. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, die Netto-Spielzeit ist definitiv höher bei den Frauen. Und das macht es ganz interessant. Und das ist das, wo man Spaß am Fußball wieder hernimmt. Ist das Verletzungsrisiko eigentlich höher, habe ich mich gefragt. Ihr habt viele, also einen großen Kader. Ist das auch wichtig, weil dann eben schon, weil wenn mehr Gas gegeben wird vielleicht, ohne Pausen auf dem Platz. Ich weiß es ja nicht. Wie ist das? Also das Verletzungsrisiko ist definitiv höher. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass es daran liegt, dass wir viel mehr Gas geben als die Männer. Sondern ich habe da jetzt witzigerweise das letzte noch eine Doku drüber gesehen. Es liegt einfach am körperlichen Aufbau. Frauen sind halt ganz anders ausgestattet als Männer. In der Hinsicht ist sogar mittlerweile anscheinend auch bewiesen, dass es leichter ist, leider Gottes, für Frauen sich einen Kreuzbandriss zuzuziehen als Männer zum Beispiel. Weil wir halt eher zu dieser X-Form neigen, wie auch immer. Ja, aber wir geben alles. Wir haben Superphysio, der ist immer da, wenn irgendwas ist. Wir versuchen einfach alles, dass wir uns nicht so verletzen. Ja, sehr gut. Gibt es so Klischees, die ihr gar nicht mehr hören könnt? Also was ich immer ganz spannend finde ist, oh, spielt ihr auch 90 Minuten? Standard. Also ich glaube, da könnte man eigentlich schon fast eine eigene Sendung draus machen mit so Kommentaren, die da mal fallen. Sehr, sehr spannend. Ja, Klischees haben wir nach wie vor, sicher. Ihr geht da gut mit um, finde ich. Ja, aber irgendwann steht man drüber. Ich sage mal so, wenn man genervt ist dann im Training, dann tritt man einmal fester gegen den Ball im Torschuss und dann hat sich das wieder erledigt. Genau, so kann man das auch lösen. Wie wichtig ist dieser Mainstream für euch, die mediale Aufmerksamkeit für den Frauenfußball? Oder habt ihr euch wirklich in Aachen so gut etabliert, dass ihr eben, ja, doch als Anziehungskraft auch irgendwie wirkt auf junge Spielerinnen? Dann habt ihr da im Moment nicht so die Sorge. Ich sehe immer auch bei euch auf der Seite oder, ne, dass ihr Aufrufe startet, macht mit. Ich glaube sogar auf Niederländisch, da ihr auch ein bisschen eu-regional guckt und regional, das finde ich sehr gut. Das ist ja auch so was aus der Alemannia-DNA, was der Verein ja auch will, wirklich die guten Leute aus der Region holen. Ich habe jetzt gesehen, bei den sieben Neuzugängen bei euch sind auch viele Spielerinnen hier aus der Nähe zumindest dabei oder hier aus dem Westen von NRW. Ist das so eine Prämisse? Ja, also wie Christina schon gesagt hat, also bei uns sind auch die finanziellen Mittel da ein bisschen enger gestrickt. Das heißt, wir müssen schon auf die umgebenden Vereine zurückgreifen. Andersherum tauschen wir uns natürlich da auch aus. Wir haben nicht die Möglichkeit, Großspritgelder zu bezahlen. Wir haben nicht die Möglichkeit, Unterstützung anzubieten, um längere Fahrten möglich zu machen. Wir haben keine Spielerinnen aus Leipzig hergeholt oder aus Berlin oder Hamburg oder aus der Schweiz oder was weiß ich, weil wir auch gar nicht die Möglichkeit und Mittel haben. Wir leben wirklich von dem Charakter der Mannschaft, von dem Teamgeist, den wir haben und von der Euphorie, die wir strahlen können. In der Region selber, wir durften ja jetzt auch bei der Saisoneröffnung mit dabei sein am Tivoli, was auch sehr, sehr schön war, weil wir dann auch wieder mal neue Leute ansprechen konnten, hatten einen eigenen Stand. Dann hört man aber immer noch, ich wusste gar nicht, dass Aachen noch eine Frauenabteilung hat. Erschreckend, aber ich hoffe, dass jetzt die Zuhörer dann sagen, ich komme mal rüber zum Hasselholz oder demnächst auch im Tivoli wieder und schauen mir mal ein paar Frauenspiele an. Ja, also wir tragen gerne dazu bei, dass die Leute zumindest wissen, dass es euch gibt. Das finde ich schon echt wichtig. Ihr startet schon bald in die neue Saison. Ende August, 27.8. geht es los mit einem Heimspiel gegen Vorwärtsköln. Ausgerechnet gegen die seid ihr aus dem Pokal geflogen. Ist da sozusagen noch eine Rechnung offen? Für mich erstmal schwer zu beantworten, weil ich war auch mal Co-Trainer bei der Sporo. Und da hat man schon noch die ein oder andere Beziehung hin und pflegt noch sehr, sehr gute Freundschaften auch zum Trainerteam. Obwohl da auch jetzt im Trainerteam einiges gewechselt wurde. Aber dennoch, die Wahrheit ist auf dem Platz und ja, wir wollen einen guten Start haben und wir werden auch zeigen, dass wir zu Recht wieder in der Regionalliga sind oder in der dritten Frauenliga. Und da werden wir Gas geben. Also die Hörer sehen das ja nicht. Christina nickt ganz heftig. Also ja, da ist noch eine Rechnung offen. Ihr werdet den Kölnern nichts schenken. Kölnerinnen. Das erste Heimspiel, das ist auch am Hasselholzer Weg, glaube ich. Wird dann auch nochmal am Tivoli gespielt. Das sind dann immer Sonntagsspiele, habe ich gesehen erstmal. Also zwei Spiele. Wir müssen immer schauen, wann spielen die Herren und wann spielt die Jugend. Auch wegen der Kabinensituation. Wir haben jetzt fünf oder sechs Spiele eingereicht, die wir gerne im Tivoli spielen wollen, wo die Herren komplett auswärts sind. Zwei Spiele sind mit dabei. Essen und Gütersloh werden die zwei Gegner sein, die wir dann im Tivoli begrüßen dürfen. Anfang September und Ende September habe ich es recht im Kopf habe. Cool. Und wer wäre da so ein guter Zuschauerzahl? 500 oder sowas? 500 wäre galaktisch. Wir liegen immer so im Schnitt zwischen 150 und 200 Zuschauer. Kommt her, 500, glaube ich, dürfen wir auch laut am Vertrag mit reinnehmen. Ich würde mich freuen, wenn wir da auch mal vielleicht welche wegschicken müssten. Ja, schön. Was sagt unser Stadionsprecher Robert Mohn immer, wenn jeder noch einen mitbringt? Ja, genau. Dann sind es doppelt so viele. Ihr habt jetzt noch ein Freundschaftsspiel am Sonntag vor dem ersten Pflichtspiel. 17-15 ist es, glaube ich. Komische Anstoßzeiten. Bei Rot, Weiß, Merl. Was habt ihr euch dafür noch vorgenommen? Oder nochmal zu gewinnen, die Serie abzuschließen? Ja, definitiv. Also wir wollen die Vorbereitung auf jeden Fall souverän, sauber zu Ende bringen. Dann mit einem guten Gefühl auf jeden Fall das Spiel auch beenden. Am besten wieder mit drei Punkten, also mit einem Sieg. Dass wir da ein gut gestärktes Selbstbewusstsein zum Ligastart vorbereitet sind. Sehr schön. Was wünscht ihr euch noch für die Saison? Gökhan Demeci hat noch gesagt, ihr braucht ein bisschen an der Körperlichkeit, Aggression, Kondition arbeiten. Seid aber da wohl auch auf einem guten Weg, sagt er. Standards werden im Moment viel geübt, habe ich gelesen. Ja, was noch? Erzählt. Also ich glaube, konditionell passt es eigentlich ganz gut. Ich glaube, zu Beginn der letzten, nein, gegen Ende der letzten Saison haben wir auch wahnsinnig viele Tore erst in der letzten Viertelstunde noch geschossen. Aber ja, Standards, die können wir verbessern, dass wir dann noch deutlich mehr Tore schießen. Vielleicht nach einer Ecke oder so ein Freistoß. Aber auch da merkt man, die Neuzugänge bringen sich super rein. Also wir sind sehr, sehr viel gefährlicher schon geworden, möchte ich so behaupten, ja. Ja, genau. Also auch die Körperlichkeit, da haben wir jetzt auch durch den, durch das Bootcamp, was wir mit integriert haben, einiges zugelegt. Und ich bin immer wieder überrascht. Bootcamp? Ja, Bootcamp, da geht es wirklich um Kraft und Muskelpartien, Präventionsarbeit gegen Verletzungen etc. Da so ein bisschen das Ganze mit körperlich auch aufzubauen. Und ich bin echt überrascht zu sehen, es ist ein Bootcamp, man schwitzt, es ist anstrengend, es ist unsere Freizeit, es ist unser Hobby. Und da sind 20 Mädels, die da am Schwitzen und am Rackern sind, die fluchen danach. Aber ich glaube, zehn Minuten später sagen die, boah, das war geil. Ja, ganz genau das. Das ist gut und immer so nach dem Sport, wenn man sich angestrengt hat, danach fühlt man sich besser. Das stimmt. Könnte eine schwere Saison werden, hat Gökhan Demitschi auch gesagt. Sind viele gute Teams dabei, viele erfahrene Teams. Ihr müsst ja auch nicht Meisterinnen werden, aber oben mitspielen ist schon das Ziel der Klassenerhalt auf jeden Fall. Jetzt erst mal Ruhe reinbringen. Also, was heißt Ruhe? Es ist ja keine Unruhe drin, aber dass das neue Team gut zusammenwächst. Das ist doch eigentlich sehr entspannt, klingt das. Ja, klingt sehr entspannt und es hört sich auch total einfach an. Einfach nur besser sein als acht andere. Aber Gökhan hat völlig recht. Das ist eine sehr ausgeglichene Liga. Dadurch, dass auch Bocholt in der letzten Saison nochmal zurückgezogen hat, sind sehr, sehr viele gute Spielerinnen auch innerhalb der Liga gewechselt. Da wird Fortuna Köln eine gute Partie mit in der Saison spielen. Mal schauen. Also für uns wäre das Ziel, so schnell wie möglich den Klassenerhalt sicher zu machen. Auch schauen, dass die Zweite nochmal den Anschluss kriegt, dass sie da uns direkt ein besserer Unterbau werden. Und das wäre so mein größter Wunsch. Und vielleicht dann doch noch den Pokal nochmal reinholen, weil der fehlt mir noch. Genau, das wünsche ich euch. Und vorher sprechen wir bestimmt noch das ein oder andere Mal. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Ein super Start in die Saison. Bleibt gesund. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und ja, You Never Talk Alain, der Alemannia-Podcast der Aachener Zeitung, der ist nächste Woche Mittwoch wieder für euch da. Und schon an diesem Freitag erscheint der nächste Matchday von You Never Talk Alain mit unserem Spieltagsvorgucker. Dann bei den Herren, da geht es ja zu Roth-Heiß-Oberhausen. Und da sind wir natürlich auch sehr gespannt, wie unser Kollege Johannes Gieber den Gegner einschätzt und die Chancen für die Aachener. Alemannia Aachen. You Never Talk Alain. Der Alemannia-Podcast der Aachener Zeitung aus dem Medienhaus Aachen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 unsererache Zeitung aus dem Medienhaus Aachen für euch da eineとole意 क wagte Dinge 11. ği